Willkommen in der Schocke-Möhle-Sportswelt. Heute möchten wir dir erklären, was die Equitus-Trensen so besonders macht. Weniger Druck auf Genick, Nerven, Blutgefäße, freie Atmung, erhöhter Komfort für Kiefer, Maul und Zunge, pferdefreundliche Kommunikation, das ist Equitus. Das geschwungene Reithalfter umgeht das Jochbein und den Hauptgesichtsnerv. Die rückwärtige Verschnellung liegt nicht auf der Gesichtsarterie und ermöglicht die ungehinderte Durchblutung. Das Genickstück. Der Vorschnitt minimiert den Druck auf Nackenbandansatz und das Atlasgelenk. Dabei gewährt es ausreichend Platz für die Ohren. Der seitlich angebrachte Sperrriemen positioniert sich optimal und ermöglicht freie Atmung. Kurze Backenstücke vermindern die Schwingungen in der Bewegung und stabilisieren das Gebiss im Pferdemaul. Die Einwirkung auf das Gebiss wird zusätzlich als sanfter Impuls auf die Pferdenase übertragen. Die andere Art der Kommunikation. Die Equitus Trensenfamilie. Eine gute Entscheidung.